Die Cyanosäure ist zu hoch. Sie ist höher als 20 ppm. Ich sage mal, 25 ppm geht ja auch noch. Das hatten wir eben in Teil 2 bei den Diagrammen ja gehabt. Was schafft hier Abhilfe? Das Problem ist einfach bei der Cyanosäure, dass die im Gegensatz zum gebundenen Chlorwert nicht gesenkt werden kann, indem ihr irgendwelche chemischen Mittel dem Wasser hinzufügt. Das heißt, hier hilft tatsächlich nur lange Rückspülen und viel Wasser verwerfen. Nachspülen nicht vergessen. Also, wenn euer Cyanosäurewert mal viel zu hoch sein solltet, weil ihr davon noch nie zuvor was gehört habt, euren Pool schon seit Jahren betreibt und glaubt mir, ich kenne solche Fälle, dann habt ihr einen Cyanosäurewert, der ist mörderisch hoch. Jenseits von Gut und Böse. Und um den rauszubekommen, müsst ihr tatsächlich, wenn ihr Pech habt, einen kompletten Wasserwechsel machen oder sehr viel Wasser rauslassen. Das ist immer ein bisschen abhängig, wie viel Cyanosäure ihr in eurem Wasser habt. Wenn ihr jahrelang immer mit organischem Chlor geklort habt und darauf nie acht gegeben habt und nie rückgespült habt regelmäßig, werdet ihr einen sehr hohen Cyanosäurewert in eurem Wasser haben. Leider. Aber auch da wieder der Tipp, guckt euch Teil 1 an, Rückspülen, Nachspülen, wie oft und wann sollte ich dies tun? Wenn ihr das beherzigt und regelmäßig macht, haltet ihr auch den Cyanosäurewert in eurem Wasser gering. Ja, und das kompletter Wasserwechsel, das habe ich ja gerade schon vorgegriffen, wenn ihr ganz viel Pech habt, dann wäre es viel zu hoch, müsst ihr sogar das ganze Wasser wechseln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.